Hallo, mein Name ist Bela B. und ich bin zu Gast bei Therapy TV. Als Musiker bist du natürlich immer on the edge of Nervenzusammenbruch. Ich notiere, Nervenzusammenbruch. The end is a source, for sure. So Olli, wir machen jetzt den Rohrschlachttest. Du packst da ein bisschen Ketchup drauf und dann versuchst du so origami-mäßig das Ding zusammenzufallen. Und dann interpretierst du das bitte. Stell dir mal vor, das ist der quasi der Strand und das ist der See und das sind die Berge und die spiegeln sich darin. Pussy Riot. Das ist eine Lunge hier, bevor ich aufgehört habe zu rauchen. Das sind die Lungenflügel, links und rechts. Das ist eine Lunge. Das ist eine Lungenflügel. Gut für alle Worte. Ich fühle es. Ich geb recht ab. Und die Schlange steht für Sexualität. Es ist echt eine Riesenschlange geworden. Das ist aber ein bisschen lang. Der Mann ist potent. Ich nenne es den Baum des Seins. Wir möchten, dass du mit der Bier gurgeln möchtest. Dad, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Doktor? Ja? 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 Ich finde körperlicher Einsatz super, ganz toll, machst du ganz toll, finde ich gut. Sie sagt ja! 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 Ja, ich finde körperlicher Einsatz super, ganz toll, machst du ganz toll, finde ich gut. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Warte mal, das muss Guido sein, weil Guidos Fitnesswahn ihn mittlerweile so weit treibt, dass er fast einen Bandscheibenvorfall hat. Danke. Ich fühle mich... ...healed. Tschüss, Doktor. Vielen Dank, dass du mit uns teilgenommen hast. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.